Unzählige Pilger machen jährlich auf ihrem Weg nach Maria Zell in Mitterdorf im Mürztal Station. Seit geraumer Zeit wird ihnen dort auch einiges geboten. Natur und Kunst lautet die Devise. Mitterdorf im Mürztal steht, wenn man den steirischen Maria Zellerweg begeht, im Mittelpunkt der Wallfahrer. Aus diesem Grund haben sich die Marktgemeinde Mitterdorf und der Tourismusverband etwas Besonderes ausgedacht. Ja, der Rundwanderweg, das Besondere daran ist, dass sämtliche Stationen einen Hintergrund oder einen Zusammenhang mit Pilgern haben und es gehen ja jährlich ca. 15.000 Pilger durch Mitterdorf nach Maria Zell und die wollen wir auf Mitterdorf aufmerksam machen und eine Gelegenheit geben, Mitterdorf zu besuchen und diesen Weg zu erleben. Dort, wo die Natur noch fast unberührt ist, eröffnen sich jetzt für den Wanderer und Spaziergänger völlig neue Dimensionen. Ja, bei diesem Rundwanderweg, der führt teilweise auch durch Waldgebiete. Da gibt es Stationen für Kinder im Wald drinnen und man kann nicht nur die Kunst erleben, sondern auch die Natur erleben. Interessante Kunstwerke entstanden entlang des Weges, historische Hintergründe zu den zauberhaften Plätzen, kulinarische Schmankerl aus der Region sollen den Wanderer und Pilger einladen, zu verweilen. Das ist das Ziel dieses Weges, damit die Pilger von Haus aus einen Tag mehr einplanen in Mitterdorf oder ein zweites Mal wiederkommen und unseren Rundwanderweg und auch den Kreuzweg, den Pilgerpark vielleicht getrennt besuchen. Kunst und Natur im Einklang Die Ursprünge dieses Gedankens waren ja eigentlich schon vor einigen Jahren im Schloss Bichl, wo einige Bildhauersymposen stattgefunden haben zu diesem Thema. Kunst und Natur sind ja derzeit an die 25 Skulpturen von der Stanklalpe bis in die Veitsch aufgestellt und diese Skulpturen sollen den Pilgern in einer anderen Art bewegen beziehungsweise einen anderen Eindruck dieses Weges erreichen. Kunst und Natur erleben und das für Jung und Alt. Der Wanderweg in Mitterdorf ist in drei individuelle Teilstücke gegliedert. Der Pilgerweg mit vielen Attraktionen und Kunstwerken, die Pilgermeile, die Straße im Ortskern, hier treffen sich die Pilger auf dem Weg nach Mariazell und der Pilgerpark im Schloss Bichl. Eine Parkanlage der ganz besonderen Art. Dinge, die Sie einfach sehen müssen. Reinschauen ins Land, vorbeischauen in Mitterdorf im Mürztal.